Wer regelmäßig in meinen Blog Chronisch Leben hineinschaut, wird festgestellt haben, dass ich wieder einmal, schon wieder, eine längere, eine ziemlich lange Pause gemacht habe, was das Schreiben, was das Informieren über Sachthemen, was die Veröffentlichung von Meinungen, persönlichen Meinungen über Entwicklungen im Bereich Gesundheit, im Bereich Leben mit chronischen Krankheiten angeht. Das ist eine bedauerliche Tatsache. Die Gründe sind vielfältig. Zunächst habe ich feststellen müssen, dass mir doch immer engere Grenzen gesetzt werden durch meine eigene Erkrankung an Morbus Parkinson. Und zwar nicht nur in körperlicher Hinsicht, meine Mobilität wird weiter eingeschränkt, das sind ganz normale Entwicklungen, sondern eben auch, was Leistungsfähigkeit insgesamt angeht. Es fällt mir immer schwerer, mich über längere Zeit zu konzentrieren. Nebenerscheinungen des Morbus Parkinson sind auch durchaus depressive Seiten, die zurzeit vielleicht auch winterlich bedingt, wenig Licht, viel Dunkelheit, vielleicht auch verstärkt werden auch und vielleicht auch wieder sich bessern, wenn wieder mehr Licht da ist, wenn die Sonne wieder mehr scheint und so weiter und so fort. Das ist das eine. Ich habe lange überlegt, Was mich noch so davon abhält, täglich zu schreiben, Material ist mehr als genug da, in der sogenannten Pipeline, stapeln sich die Themen sozusagen, die stauen sich. Und wenn es danach ginge, würde ich jeden Tag vier, fünf Beiträge schreiben. Und ja, leider nicht immer sehr erfreuliche. Aber mir ist eins aufgefallen. Immer mehr beschäftigt mich das Thema Selbsthilfe an sich. Und da wachsen meine Zweifel daran, ob das, was da geschieht, und dazu gehört ja auch so ein Blog wie Chronisch Leben, ob das wirklich Sinn macht. Selbstdarstellung kann kein Sinn sein. Ich mag vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder die andere vielleicht befriedigen, sich selbst darzustellen, selbst was Tolles zu machen. Mich juckt sowas nicht besonders. Das habe ich 40 Jahre lang beruflich gehabt, die Außendarstellung gehörte immer irgendwie dazu. Von Eitelkeit kann sich niemand freimachen, auch ich nicht natürlich, aber das bewegt mich nicht mehr besonders und motiviert mich vor allen Dingen nicht mehr. Das kann es also nicht sein. Was kann ich aber mit Selbsthilfe überhaupt bewegen? Und da wachsen meine Zweifel. Ich könnte, wenn ich Gleichgesinnte fände, die bereit wären, die in der Lage wären, die Willens wären, die Kraft hätten, den Mainstream zu verlassen, sich konsequent kritisch auseinanderzusetzen mit dem, was um uns herum geschieht, was mit uns chronisch kranken geschieht, könnte ich mir Selbsthilfe durchaus vorstellen. Aber das geschieht nicht. Das geschieht absolut nicht. Es geschieht vereinzelt, auch in anderen Foren, durchaus. Ich habe das immer anerkannt und ich finde das sehr mutig und sehr gut, was da geschieht. Aber diese vereinzelten Stimmen haben kaum eine Chance. Es liegt auch teilweise an zutiefst menschlichen Seiten unserer Person. Ein Beispiel. Wenn ich mich habe dazu bewegen lassen, verständlicherweise zum Beispiel als fortgeschritten Parkinson-Erkrankter mich einem eines operativen Eingriffs einem operativen Eingriff zu unterziehen, der sogenannten tiefe Hirnstimulation, dann gehört dazu eine Menge Mut, dann dazu gehört eine Menge Leidensdruck, um das überhaupt zu machen und dann will ich Erfolge sehen. Klar. Und die sehe ich auch teilweise tatsächlich. Das bezweifle ich gar nicht. Wenn ich aber jetzt erlebe zum Beispiel, dass in einem Forum reihum immer mehr ganz offen, ganz ehrlich, ganz authentisch über die Kehrseite dieser Operationen berichtet wird, die eigentlich jeden davon abhalten müssten, und ich aber gleichzeitig erlebe, dass die THS von der Lobby derjenigen, die ein vor allem finanzielles Interesse an solchen gewinnbringenden Operationen haben, niedergeschrien wird und dass sie immer noch als so eine Art Goldstandard in der Therapie wie von Parkinson betrachtet wird. Wenn ich diese Entwicklung sehe, dann ist das für mich ein typisches Beispiel dafür, wo Selbsthilfe einfach an Grenzen stößt. Ich sage das ohne jede Bitterkeit. Es ist unerfreulich, aber ich sehe nicht mehr viel Möglichkeiten. Ich werde noch versuchen, weiter sehr persönlich mich einzubringen in diesem Blog, in welcher Form weiß ich noch nicht, aber die rein tagesaktuellen Geschichten, die sind sinnlos. Ich war noch nie ein Freund davon, gegen Windmühlen Flügel zu kämpfen und es sind keine Windmühlen Flügel, gegen die zu kämpfen wäre, sondern es sind ganz andere Mechanismen, Mechanismen der Macht, Mechanismen des Geldes. Dagegen komme ich als Einzelner sowieso nicht an und die sogenannte Selbsthilfeszene ist entweder nicht bereit dazu oder schafft es auch einfach nicht. Verständlich. Traurige Grüße Ihr Jos van Aken ein Jahrhundert Jahrhundert Vielen Dank.